Moin Moin, hier ist der Zapp. Herzlich Willkommen zum Fallout 76 News Flash Nummer 6. In diesem Video gibt es die neuesten Nachrichten rund um Fallout 76 aus den letzten Tagen mit interessanten Themen wie zum Beispiel, Day One Patch zum Download verfügbar, die erste Spieler Atombombe wurde gezündet, Bethesdas Antwort zu Beta Feedback, ein Kurzüberblick zu den Patch Notes vom letzten Beta Patch und Infos, warum es ein 63 FPS Limit gibt. Falls Du neu hier sein solltest, auf diesem Kanal gibt es News, Guides und Gameplay zu Wirtschaft, Sims, Strategie und Rollenspielen sowie MMOs und in nächster Zeit ganz besonders viele Videos zu Fallout 76. Und wenn Dich das interessiert, sind zwei Klicks auf den Abo Knopf und die kleine Glocke daneben vielleicht gut für Dich. Release Client und Day One Patch Auf der Xbox gibt es bereits die Day One Version zum Downloaden und für Spieler, die das Spiel bereits installiert haben, wird der Download nochmals 55 GB betragen. Es gibt Gerüchte, dass das Spiel dann mehr als 100 GB auf der Festplatte beanspruchen würde, was während des Downloads vielleicht auch der Fall sein dürfte, allerdings ist davon auszugehen, dass viele Dateien ersetzt und manches noch neu komprimiert werden dürfte, so dass am Ende weniger als 100 GB Platz beansprucht werden. PC und PS4 Spieler sind in den nächsten Tagen auch mit dem Preload an der Reihe. Etwas Meinung von mir dazu? Ich bin da etwas erstaunt, dass Bethesda dermaßen riesige Downloads von den Usern verlangt. Erst recht nach dem Debakel mit dem Löschen der Dateien auf dem PC. Solche Datenmengen immer wieder umherzuschaufeln ist doch sehr ungewöhnlich. Sollten sie wirklich benötigt werden, würde dies dafür sprechen, dass Bethesda wohl nahezu alle Texturen im Spiel nochmal überarbeitet, sowohl was ihre Größe anbelangt für bessere Performance, wie auch ihre allgemeine Qualität. PC-Spieler von bisherigen Fallout und Elder Scrolls Titeln kennen vermutlich die Tatsache, dass kurz nach Release der letzten Spiele sehr oft Texturenpakete erschienen, wo Profi-Grafiker allein mit der Verbesserung der Packrate und der Auswahl von besseren Dateiformaten oft 10% oder mehr bei der Performance des Spiels herausholen konnten und oft auch noch bessere Auflösungen der Texturen hinbekommen haben, ohne dabei die Performance zu verschlechtern. Und dabei meine ich jetzt keine Texturenpakete, die die Texturen neu erstellt und hübscher gemacht haben, sondern nur jene, die die Texturen von Bethesda technisch optimiert haben. Bleibt zu hoffen, dass Bethesda sich die Arbeit dieser Leute genau angeschaut hat und diesmal einiges davon vielleicht selbst macht, aber ich bin skeptisch. Im ungünstigsten Falle bekommt es Bethesda aber nur nicht hin, die Spieldateien, die wirklich geändert werden müssen, direkt in den Archiven zu ersetzen und dass sie deshalb jedes Mal die kompletten Archive austauschen, auch wenn vielleicht nur wenige Dateien davon ersetzt werden müssten. Aber ich hoffe mal für uns, dass meine erste Theorie zutrifft und wir nur nach und nach verbesserte Texturen bekommen. Streamer startet erste Atombombe Dem Streamer French Tomahawk ist es zusammen mit seiner Community gelungen, während des letzten Beta tags eine Atombombe zu starten. Dabei kam heraus, dass es weitaus mehr braucht, als ein paar Launch-Codes zu sammeln, denn die findbaren Codes sind nur ein erster Schlüssel, den man zur Lösung eines komplexeren Dechiffrier-Rätsels braucht und daraufhin auch noch ein äußerst komplexes Dungeon mit weiteren Rätseln und Aufgaben auf einen wartet. Dass der Streamer in der Beta bereits Level 65 erreicht hat, ist dabei fast die kleinere Nachricht. Ich werde hier nicht weiter auf Details eingehen, aber die weitläufige Befürchtung und oder Hoffnung mancher Spieler oder Kritiker, dass es im Spiel Atombomben nur so regnen wird und man jederzeit seinen Nachbarn mal eben eine Atombombe aufs Camp werfen kann, wird sich wohl bestimmt nicht bewahrheiten. Beta-Feedback und Bethesda's Antwort Bethesda dankt den Spielern für Feedback Auf Reddit hatte Bethesda eine Feedback-Sammlung eingerichtet, da ihr eigenes Forum während der Beta mehrmals wegen Überlastung zusammengebrochen war. In einem neuen Post dankt Bethesda nun den Spielern für das allgemeine Dabeisein im Beta-Test und insbesondere denen, die Feedback eingeschickt haben. Außerdem wurden Antworten auf häufig genannte Probleme gegeben. 21 zu 9 Unterstützung Zahlreiche PC-Spieler bemängeln, dass das Spiel auf Widescreen-Monitoren schwarze Balken am Rand zeigt und wenn man die Auflösung von Hand anpasst, die Benutzeroberfläche verzerrt wird. Hier sagt Bethesda, dass das Spiel 21 zu 9 Unterstützung für Widescreen-Monitoren nach dem Launch bekommen wird. Ich kenne mich leider mit Konsolen jetzt nicht genug aus, um zu sagen, ob das auch interessant für Playstation 4 und Xbox-Spieler sein wird. Aber hier denke ich nicht, dass das das häufigste Problem ist, vielleicht nur eins, das sich besonders leicht lösen lässt. Lager-Limit Ein extrem häufiges Problem, das an vielen Stellen von Spielern genannt wurde, ist die auf 400 Pfund begrenzte Lagerkiste und generell das sehr schnell und häufig überquellende Inventory. Hier antwortet Bethesda, dass sie meinen, dieses Problem würde mit der Gewöhnung an die Umstände von allein besser werden. Sie versprechen aber in der Zukunft das Lager-Limit zu erhöhen. Hier habe ich die Befürchtung, dass es eine Lösung per Itemshop geben könnte. Meine Freude wäre sehr groß, wenn ich mich hier irren würde. Aber die Erfahrung mit solchen Spielen und mit Bethesda lehrt mich, dass es auf Kaufen von Lagervergrößungen und oder Premium-Accounts hinauslaufen könnte. Voice-Chat Ein weiteres Problem, das sehr oft gemeldet wurde, ist der Umstand, dass der Voice-Chat im Spiel permanent aktiv ist. Dies ist vielen Spielern vermutlich gar nicht bewusst, dass ihr Mikrofon während des Spielens permanent aktiv ist und damit alle Hintergrundgeräusche für die anderen Spieler zu hören sind. Nebenbei Musik hören, ein bellender Hund im Hintergrund, vielleicht spielende Kinder oder der Rasenmäher vom Nachbarn, das landet alles im Spiel und ist von den Mitspielern in der Umgebung hörbar. Eine einzige Lösung bisher ist unter Einstellungen Audio den Voice-Chat komplett zu deaktivieren. Damit kann man aber nicht nur nichts mehr sagen, sondern auch nichts mehr hören. Bethesda schrieb erst, dass sie das genauso wollten, um Rollenspiel zu fördern, aber im Endeffekt führt die derzeitige Umsetzung wohl vor allem dazu, dass es mit dem aktivierten Mikro eher jegliche Vertiefung in die Welt stört, wenn jemand neben einem herläuft, dessen Fernseher Werbung trellert oder wo die Mutter des Teenies dauernd rumschreit, er soll endlich sein Zimmer aufräumen. Oder andererseits führt es dazu, dass sehr viele dieses an sich nett gedachte Feature halt komplett deaktivieren, was dann aber alles ad absurdum führt, zumal es kein Text-Chat im Spiel gibt. Hier habe ich auch bereits zahlreiche Beschwerden gelesen, dass sich Menschen mit Sprach- oder Hörproblemen dadurch extrem eingeschränkt fühlen im Spiel. Als Lösung hat Bethesda nun nachträglich in den Reddit-Post etwas eingefügt und angekündigt, dass sie in naher Zukunft eine Push-to-Talk-Funktion ins Spiel integrieren wollen, womit man dann eine extra Taste drücken muss, wenn man etwas sagen will, was die meisten dieser Probleme erstmal beheben dürfte. Und auf eine Nachfrage des Spiele-Magazins PC Gamer wurde auch geantwortet, dass man nun untersuchen wird, ob es zukünftig auch einen Text-Chat im Spiel geben kann. Sichtfeld oder Field of View Das Sichtfeld war ein weiterer Kritikpunkt der User, also das FOV oder Field of View. In sehr vielen Spielen kann man dies justieren. Sieht teilweise komisch aus, aber jeder Mensch empfindet wohl einen etwas anderen Sichtwinkel als angenehm und für manche kann es nicht genug Fischaugen-Linsen-Effekt geben. Hier antwortet Bethesda, dass sie bisher in keinem Spiel FOV-Einstellungen eingebaut haben. Diese gab es nur für PC-Spieler per Inni-Datei oder vielleicht per Mod. Dies hat den Grund, dass es zu Animationsfehlern und Clipping-Problemen führen würde, sprich man könnte z.B. in seine Schulter hineinschauen oder würde an noch viel mehr Stellen durch Kamera-Bewegungen durch Wände schauen können etc. Eine Lösung stellt Bethesda hier nicht in Aussicht. Es wird darauf verwiesen, dass man zumindest auf dem PC in der dritten Person herauszoomen kann, indem man die Ansicht-Taste gedrückt hält und die Maus nach hinten und vorne bewegt. Exploits Es wird nur kurz darauf hingewiesen, dass sehr viele Meldungen zu möglichen Exploits eingegangen sind, sprich Möglichkeiten Schwachstellen im Spiel massiv zu seinem eigenen Vorteil auszunutzen. Natürlich geht Bethesda hier nicht genauer darauf ein, welche Art von Exploits sie meinen, um diese nicht noch bekannter zu machen. Aber sie kündigen an, sich um diese Probleme in einem zukünftigen Update zu kümmern. Dazu muss ich sagen, dass es in fast jedem Online-Spiel Exploits oder Hacking-Möglichkeiten gibt und vermutlich immer geben wird. Hier ist es völlig normal in Online-Games, dass daraus ein permanenter Kampf zwischen Cheatern und Entwicklern entsteht. Manche Entwickler nutzen da spezialisierte Software, die im Hintergrund den Rechner genau untersucht und Manipulationen am Spiel an Windows, das Mitlaufen lassen von bekannten Cheat-Tools etc. überwacht. Bekannte Software-Produkte, die das auch einigermaßen erfolgreich können, sind hier Valve's, VAT oder BattleEye oder die Easy-Cheat-Engine, die sehr häufig eingesetzt und ständig weiterentwickelt werden. Bethesda scheint da bisher eher auf eigene Lösungen zu setzen, was jedoch in den meisten Fällen eher wenig erfolgversprechend ist. Besonders in einem Spiel mit so umfassenden Modding-Möglichkeiten wie einem Bethesda-Spiel, wo die Engine und die Struktur der Daten dermaßen bekannt sind, wird dieser Bereich schwierig in den Griff zu bekommen sein. Weitere Probleme Ansonsten ging es noch um Fehler mit den Social-Menüs, die bei einigen Spielern nicht gut oder gar nicht funktionierten. Das Problem, dass viele Spieler meldeten, dass ihr Hunger durch Essen nicht völlig wegging und dass es manchmal Probleme gab, wo Spieler extrem laute Schussgeräusche oder andere laute Störgeräusche im Spiel hörten. An all diesen Problemen versprachen sie aktiv zu arbeiten und in den nächsten Patches Lösungen dazu zu bringen. Apropos Patches. Zum letzten Beta-Tag gab es auch noch ein größeres, umfangreicheres Update. Da der Patch schon einen ganzen Beta-Abend bespielt werden konnte und vermutlich viele diese Patch-Notes bereits gelesen haben, fasse ich hier nur die allerwichtigsten Details zusammen. Natürlich hat Bethesda Stabilität und Performance verbessert, das war nicht anders zu erwarten und vermutlich fangen die nächsten 10 Patch-Notes ebenfalls mit dieser Einleitung an. Es gab Balancing-Anpassungen zu den Verbrannten in Richtung stärker und bei den Super-Mutanten in Richtung schwächer. Nahkampf-Attacken von Gegnern wurden verstärkt, besonders bei den Meier-Lurks. Man braucht mehr Material um Wurfmesser herzustellen und darf diese nicht mehr im Laden verkaufen. Ich vermute mal hier hatte jemand eine lukrative Quelle für Kronenkorken entdeckt. Bei den Events wurde das Timing geändert, diese starten nun statt nach 45 Minuten erst nach 72 Minuten neu. Das kann ich nur begrüßen, bei einigen Events, besonders im Startgebiet hatte man schon ein wenig das Gefühl, dass sie kaum vorbei waren und schon wieder neu starteten. Dann gab es zahlreiche kleinere Fehlerbehebungen, Grafikfehler und Fehler mit feststeckenden Animationen wurden beseitigt, Fehler im Voice-Chat behoben, die Belohnung für Workshops etwas nach unten korrigiert, kleinere Questfehler in 2-3 Quests beseitigt und dann gab es noch ein paar Verbesserungen am User-Interface. Alles in allem nichts besonders Ungewöhnliches dabei, was mich nur sehr verwundert hat, war dass dieser Patch wiederum 30 GB auf dem PC groß war und auf den Konsolen wohl sogar noch größer. Entweder verbessert Bethesda hier massiv die Texturen oder der Launcher ist einfach schlecht im Updaten, aber dazu hatte ich ja am Anfang des Videos schon einiges gesagt. 63 FPS Log Ebenfalls im letzten Beta-Patch hat Bethesda eine undokumentierte Änderung vorgenommen, die aber für ein paar Wellen in der Presse gesorgt haben. In vorhergehenden Spielen war bekannt, dass die Physik-Engine an die FPS-Rate gekoppelt war. Sprich je flüssiger das Spiel lief, desto flüssiger und schneller funktionierten auch viele Physik-Effekte und auch Animationen. Bis zu 60 Bildern pro Sekunde war das auch nie ein großes Problem, zumal die Spiele eigentlich auf 60 FPS offiziell limitiert waren. Auf dem PC war es möglich diese Begrenzung per Indie-Datei aufzuheben, was dann teilweise lustige Fehler im Spiel produzieren konnte, wie zum Beispiel NPCs, die wir in Comic-Filmen hunderte Meter weit oder hoch flogen nach einer Nahkampfattacke. Ein weiterer Nebeneffekt war, dass die Spielerfigur dadurch schneller laufen konnte und auch viele Kampfanimationen dadurch schneller abgespielt wurden. Dies ging wohl auch bei Fallout 76, was aber natürlich in einem Multiplayer-Spiel ganz andere Auswirkungen haben kann. Ob dies wirklich der Fall war, ist dabei nicht mal so richtig klar geworden, denn es gibt verschiedene Quellen, die da zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen kamen. Manche meinten man würde schneller, andere sagten stimmt gar nicht, sieht nur schneller aus, ist aber gar nicht schneller, ich habe es allerdings selbst nicht ausgetestet, für mich also schwer zu sagen, wer da Recht hatte. Bethesda hat diesen ganzen Diskussionen aber, vermutlich um ganz sicher zu gehen, eine stillschweigende Antwort gegeben, indem sie im letzten Patch die Bildwiederholrate einfach fest auf maximal 63 FPS verriegelt haben im Programmcode, so dass entsprechende Änderungen an der Indie-Datei zukünftig einfach ignoriert werden. An dieser Stelle eine Frage an Dich, möchtest Du meine Meinung zu den Themen hören und auch meine Vermutungen und Spekulationen dazu, die ich natürlich so oft es geht auch als solche markieren werde, oder möchtest Du lieber nur 100% fundierte News pur? Bitte schreib mir mal Deine Meinung dazu in die Kommentare. Ansonsten gibt es mehr Videos zu Fallout 76 oben rechts beim i oder auf der Kanal-Hauptseite. Schau auch mal auf meiner Homepage zappzock.de vorbei, wo wir auch gemeinsam ein Forum nutzen können, wenn Du Lust auf Diskussionen, Meinungsaustausch mit mir oder anderen Community-Mitgliedern oder weitere Fragen hast. Lass Dir die Zeit bis zum Release am Mittwoch nicht zu lang werden, und dann wünsche ich Dir einen schönen Tag, lass es Dir gut gehen, wir sehen uns im nächsten Video, ciao ciao, Deine Zapp.